Okay, Kamera läuft. Ach, läuft schon, oder was? Läuft schon. Hi, ich bin Joyce, ich bin YouTuberin und hab 2000 Abonnenten. Und heute gibt euch Joyce 5 einfache Tipps, wie ihr genauso erfolglose YouTuber werden könnt, wie sie es ist. Jetzt müsste ich mir eigentlich überlegen, was ich heute in der Folge mache, ne? Jetzt müsste ich mir eigentlich überlegen, was ich heute in der Folge mache, ne? Kleiner Hinweis, nicht schon vor dem Dreh überlegen, was man aufnimmt. Äh, du, Joyce, ich hab doch auch einen YouTube-Kanal, ich hab doch schon eine Million Abonnenten jetzt bald und du hast da jetzt 2000, da können wir vielleicht was zusammen machen, oder? Dass ich dich supporte? Ne, das hab ich überhaupt nicht nötigt. Ernsthaft. Ich mach halt dann bei mir vielleicht ein Video. Ich mach keine Kollabo mit dir, das hab ich überhaupt nicht nötigt, tut mir leid. Okay, also ich glaub's jetzt eigentlich nur gut gemeint. Bloß keine Kollabos mit größeren YouTuber machen. Vor allen Dingen nicht, wenn sie es dir auch noch anbieten. Die wollen dir nur ihre Minderwertigung oft auf minderjährigen Abonnenten andrehen. Ja, raus aus Joyce Wohnung hier. So, wo bin ich wieder? So, was wollte ich jetzt machen? Ich hatte mir ja noch gar nichts überlegt. Hi, also heute gibt's doch ne Kollabo mit dem Revi. Hey. Oh, oh wei. Oh wei, oh wei. So. Okay, das sieht ein bisschen kaputt jetzt aus, glaub ich. Revi, können wir deine Kamera nehmen, bitte? Ich hab doch keine eigene Kamera dabei, finde ich, irgendwo drehen wir. Was soll das denn? Na gut, dann müssen wir helfen. Gehe sorglos mit deinem Equipment um. Dann steht schlechten Aufnahmen nichts mehr im Wege. Was könnte ich denn da jetzt noch auf dem Thumbnail schreiben? Das ist irgendwie noch ein bisschen wenig Information, finde ich. Weil der Revi keine Kamera hat. Hier sieht man Joyce, wie sie an einem viel zu professionellen Fotoprogramm an einem Thumbnail gebastelt. Thumbnail sind super wichtig für ganz wenig Klicks. Das Hintergrundbild ist natürlich auch noch ein bisschen... Daher erkennt man ja nichts von der Schrift, also ein bisschen blöd. Ganz wichtig, auf keinen Fall titten und im besten Fall unübersichtlich und schlecht lesbar. So, vielleicht ist es vielleicht am besten. Ja, ich mach auf diesem Kanal oft sehr lieblose Sketche und dabei achte ich halt vor allem darauf, dass wenn ich verschiedene Rollen spiele, dass ich keine extra Kostüme oder so dafür anziehe oder so, sondern dass ich im Prinzip immer gleich aussehe. Und das ist natürlich am einfachsten, wenn ich gar nichts anhab. Durch einen Strike kannst du deinen Kanal ganz schnell und ganz einfach kaputt machen. Halt einfach deine Boobies in die Cam. Hey, hey, Boobies, Titten. Ja, geil. Sei arrogant und fühl dich wichtig, obwohl du es gar nicht bist. Bist du nicht Joyce? Sind sie von der Presse? Ich geb natürlich gerne ein Interview. Nein, ich guck mal deine Videos. Können wir vielleicht ein Foto machen? Hey, sorry, ich guck immer deine Videos. Nein. Kann mir vielleicht... Siehst du nicht? Ich geh hier gerade, ja? Verpiss dich. Ich wollt eigentlich nur... Und natürlich Star-Allüren. Sei scheiße zu deinen Fans. So vergraust du auch den letzten. Ja, Leute, wenn ihr den zweiten Teil von diesem Video sehen wollt, dann schaut einfach mal auf meinen Kanal... Nein, nee, nee, es gibt keinen zweiten Teil. Es gibt keine Kollabo, Revi. Oh, scheiße. Hey, ich dachte, wir machen das jetzt abwechselnd, dass wir dann... Nein, sorry, ich lade das Video nicht hoch. Pech gehabt. Wirklich. Dass du von meinen 2000 Abonnenten was abkriegst, das kannst du dir abschminken. Wirklich. Und du bist ordentlich geschminkt. Das sieht Mama wieder, du. Ja. Hurensohn. Warum sagt du das? Also wie gesagt, wenn ihr den zweiten Teil vielleicht sehen wollt, dann schaut einfach mal auf den Kanal. auf meinem Kanal vorbei. Nein, Revi, das gibt es nicht. Ja, ich gebe es auch, komm. Ohne Scheiße. Ja, also ich habe verstanden.